Hi Leute, willkommen zu einem neuen Commentary, was ich jetzt gerade um 2.41 Uhr nachts aufnehme. Ja, eine Runde Black Ops 1 wieder angesagt mit der M16 im Dschungel. Wir spielen ein bisschen Mowgli oder Tazan oder keine Ahnung. Auf jeden Fall will ich nicht so viel zum Gameplay sagen, sondern ich möchte eigentlich über ein anderes Spiel reden. Ja, nicht COD, sondern über einen Riesentitel, der diesen Herbst erscheinen wird. Und ich freue mich schon wie ein kleines Kind darauf. Das ist GTA 5 aus dem Hause Rockstar Games. GTA, die lassen sich ja mal eine wirklich ewig Zeit, bis neuer Titel rauskommt. GTA 4 ist mittlerweile 5 Jahre alt, könnt ihr das glauben? Ja, 5 Jahre. Ich hatte mir den damals für die Xbox 360 gekauft und ich spiele den bis heute noch. Also GTA 4, für die, die eine Xbox haben oder eine PS3 oder auch auf PC zocken, ey, das ist ein Must-Buy. Das Spiel ist der Hammer, hat auch einige Preise gewonnen und GTA ist sowieso immer so eine Serie, die ist einfach ein Muss für jeden Gamer. Du kannst an sich, die Story erstmal, die ist natürlich hammergeil. Aber GTA bietet dir so viel mehr. Eine Riesen-Map, eine Riesen-Möglichkeit an Sachen, die man machen kann. Du kannst Autos klauen, du kannst mit dem Helikopter rumfliegen. Damals in San Andreas mit, mit, ähm, auch mit Flugzeugen fliegen und alles drum und dran. Das ist hammergeil. Und ich kann euch mal so viel sagen, GTA 4 war schon geil, GTA 5 war noch viel geiler. Ich hab mich jetzt mal ein bisschen erkundigt im Internet und ja, es gibt schon sehr, 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 sehr viele Informationen über das Spiel. Das wird nicht für die neuen Konsolen rauskommen, das heißt nicht für die Xbox One und auch nicht für die PS4. Was ich auf der einen Seite schade, auf der anderen eigentlich ganz gut finde. Schade, ja, man hätte natürlich mit den neuen Konsolen auch mehr Power gehabt, mehr Performance. Und hätte natürlich auch, ja, ein bisschen mehr rausholen können. Aber, ähm, ist natürlich selbstverständlich, weil die hätten ja auch schon vor einigen Jahren damit angefangen, mit der Entwicklung. Und da wurde halt noch nicht viel über die neuen Konsolen halt, ähm, preisgegeben. Von daher ist natürlich zu verkraften. Und vor allem muss ich mir jetzt keine neue Konsole kaufen, um das Spiel zu zocken. Und dazu muss gesagt werden, GTA war eigentlich nie so ein Titel, der wirklich, ja, viel Wert auf die Grafik gelegt hat. Ich meine, das sah natürlich auch nice aus. GTA 4 finde ich von der Grafik her richtig geil. Auch von dem Schadensmodell, von der Physik her richtig, richtig fett. Aber ist natürlich keine, weiß ich nicht, Crisis-Grafik oder sowas. Darauf kommt es eigentlich nicht an. Und, ähm, das ist mir auch nicht wirklich wichtig in GTA. Was mir wichtig ist, ist erstmal die Story. Und in der Story gibt es erstmal drei Hauptcharaktere, ja. Darunter Michael, der ist 40 und ehemaliger Bankräuber und reich. Dann Trevor, das ist so ein, ja, so ein abgefuckter, eigentlich kann man sagen Penner. Der hat so einen sehr destruktiven Lebensstil. Und dann gibt es noch den dritten im Bunde, das ist Franklin. Das ist ein dunkelhäutiger, durchtrainierter, krimineller, ja, hat so ein kleines Gangster-Image. Und mit diesen drei Hauptcharakteren spielt man eigentlich die Story durch. Und das Coole ist diesmal, es gibt so einen interaktiven, ja, Charakterwechsel kann man sagen. Also man spielt mit allen drei Charakteren eine Mission und kann innerhalb der Mission den Charakter wechseln. Und das ist ziemlich geil, weil es halt bietet halt mehr, ähm, Möglichkeiten für, ja, taktisches Vorgehen. Also finde ich richtig, richtig fett gemacht. Ich bin mal gespannt, wie sie es umsetzen werden. Aber erstmal vielleicht zur Location. Also GTA 5 spielt in Los Santos. Das ist ein Nachbau von Los Angeles. Ja, ich meine, in GTA San Andreas gab es auch schon Los Santos. Aber, ähm, diesmal wird es größer, viel, viel größer. Und, äh, zum App-Größe komme ich gleich erstmal. Also die Location wieder schön an der West Coast, was ich richtig geil finde. Weil, wie gesagt, San Andreas damals, ähm, die Location war der Hammer. Ähm, wenn sie es jetzt wieder so perfekt umsetzen wie damals, ey, ich freue mich riesig. Und zur Größe, das hat mich völlig umgehauen. Also wenn, wenn das stimmt, was ich da gelesen habe, dann bin ich jetzt schon völlig geflasht. Und, ähm, wir haben nach dem Video erstmal einen Keulen. Nein, ohne Spaß, aber von der Größe her, das ist unglaublich. Also ich habe gelesen, das hat, das habe ich irgendwie auf, ähm, ja, angeblich hat es Rockstar irgendwie gepostet. Ich weiß nicht genau, ob man sich darauf verlassen kann, aber das ist der Hammer. Weil, ähm, es wurde gesagt, dass die Map von GTA 5 3,5 mal, also dreieinhalb mal so groß wird, wie die von Red Dead Redemption. Das war ja auch ein Titel von Rockstar. Ich weiß, das haben wahrscheinlich nicht so viele gezockt. Aber viele von euch kennen GTA 4 und San Andreas. Und die Welt von GTA 5 wird größer als die Welt von GTA 4 und GTA San Andreas zusammen. Und GTA San Andreas war verdammt groß. Das hat ja drei große Städte, ähm, darunter Los Angeles. Also Los Santos ist ja so ein Nachbau von Los Angeles. Dann, wie hießen die noch, ähm, San Fiedo oder sowas. Das war San Francisco. Und, äh, Las Venturas, ja, glaube ich, das war Las Vegas. Also immer so ein Nachbau. So, GTA 4 war ja halt, ähm, Nachbau von New York City. Aber allein die Größe von GTA San Andreas hat mich schon umgehauen damals. Und wenn GTA 5 größer als GTA 4 und San Andreas zusammen wird, äh, echt, das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Und, ähm, wenn sie das wirklich so, wenn das wirklich so groß wird, das, das, ich werde das Spiel so suchten. Ich werde, oh, ich werde nichts mehr machen als 24-7 dieses Spiel zu suchten. Und ich freue mich auch schon so, weil, ähm, ich habe auch gelesen, dass die extrem viele Fahrzeugmodelle reinbringen. GTA hat ja schon an sich immer viele Fahrzeugmodelle gehabt, aber ich glaube, dieses Mal haben sie ein bisschen übertrieben. Und zwar gibt es über 400 verschiedene Fahrzeugmodelle. Darunter, ähm, soll es auch wieder Flugzeuge geben, glaube ich. Boote natürlich, Helikopter, Autos, das ist ganz wichtig. Motorräder. Und die haben zwar natürlich nicht, ähm, die echten Marken. Das kennt ihr ja auch aus den anderen Teilen. Ähm, da gibt es zwar auch so 3er BMWs und Audi A8s und sowas und keine Ahnung. Porsche ist, aber die haben halt andere Namen. Aber ähneln halt den Marken. Ähm, was ich ein bisschen merkwürdig finde, weil einige von euch kennen vielleicht Midnight Club. Das ist so ein Rennspiel. Da könnt ihr auch, ja, Renn fahren halt, höhö, ohne Spaß. Aber die haben da, das ist auch von Rockstar übrigens, die haben da sämtliche Rechte. Die haben Rechte für Porsche, für, ohne Spaß, jede Marke eigentlich. Und deswegen verstehe ich nicht ganz, warum sie keine echten Marken in GTA-Rennen bringen. Womit das zusammenhängt. Aber ist ja auch eigentlich egal, scheißegal, wie das Auto heißt. Hauptsache es fährt. Und, ähm, diesmal wird es auch einen Hund als Begleiter geben, ja. Also hab ich zumindest gehört. Ich weiß nicht genau, wie man das jetzt umsetzen kann. Vielleicht kann man auch wieder Häuser kaufen. Das wäre auch richtig geil. So wie in San Andreas damals. Da konntet ihr ja die Häuser einmal kaufen, ja. Also nicht so wie in GTA 4, wo man die halt in einer, in einer Kampagne sozusagen geschenkt bekommen hat. Sondern ihr könnt euch die Grundstücke echt kaufen. Ähm, hoffentlich wieder mit Garagen. Das wäre auch der Hammer, dass ihr dann eure Autos abparken könnt. Und die ihr halt immer habt. Und ja. GTA 5 soll, glaube ich, am 17. September rauskommen. Wenn ich mich nicht irre. Ich hab das genaue Datum nicht rausgefunden. Aber auf jeden Fall im September. Für die alten Konsolen. Und ich werde es mir auf jeden Fall vorbestellen. Ähm, vom Preis her weiß ich nicht, wie teuer das sein wird. Ich habe aber... Was war das? Ich glaube, das hat mir Phoenix erzählt, dass es da so eine Special Edition geben wird. Da wird dann erstmal, ähm, das Spiel natürlich drin sein, ja. Und eine, ein Riesenposter, eine Karte. Und, ich glaube, ein New Era Cap. Also so ein Cappy mit, ähm, Los Santos drauf. Oder irgendwas war das drauf. Oder Rockstar irgendwas war da auf jeden Fall drauf. Es soll irgendwas bei 110 Euro oder so kosten. 130. Ach, keine Ahnung. Ich erzähle gerade scheiße. Ich weiß nicht, wie teuer das ist. Deswegen will ich euch jetzt keine Lügen hier auftischen. Aber auf jeden Fall soll es sowas geben. Ich weiß nicht, ob ich mir das dann holen werde. Ob sich das überhaupt lohnt. Aber das Spiel an sich wird der Hammer. Also, da freue ich mich schon so drauf. Und, ähm, ja. Seid ihr ein GTA-Fan? Habt ihr die alten Teile gespielt? Und für die, die nicht GTA 4 gespielt haben, ihr habt was verpasst. Holt euch GTA 4 noch. Das kostet mittlerweile, ich glaube, für Xbox müsst ihr da 20 Euro hinblättern. Wenn überhaupt. Also, neun natürlich. Ihr könnt es euch auch gebraucht holen. Ist mir scheißegal eigentlich. Ähm, aber holt es euch. Spielt es. Ich habe einige kennengelernt, die GTA 4 gekauft haben. Aber nie die Story gespielt haben. Weil die ersten Missionen ein bisschen langweilig waren. Ja, okay. Ihr seid mit einem... Ihr habt echt nur Taxi gespielt. Ihr seid bloß mit dem Auto rumgefahren. Aber, ey, das Spiel und die Story ist hammergeil. Da habt ihr was verpasst. Da habt ihr echt was verpasst. Und GTA 5 wird noch geiler. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und ich freue mich riesig drauf. Ähm, schreibt mal in die Kommentare. Freut ihr euch auf GTA 5? Holt ihr euch das? Wenn ihr euch das holt? Für welche Konsole? Für die Xbox? Für die Playstation? Oder doch für den PC? Hm? Also, schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin auf... Ja, ich bin gespannt, wie viele jetzt hier darüber ein bisschen labern wollen. Weil GTA ist einfach ein Riesentitel und, ähm, ja, haut in die Tasten, was das Zeug hält. Ich habe ein 28-4 gespielt. Keine Ahnung, ich sehe es gerade nicht richtig, aber ist auch egal. Ähm, ich bin erstmal raus. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und, ja, schreibt in die Kommentare. Bis dann. Und, ja, schreibt in die Kommentare. Vielen Dank.